Heute habe ich eine ganz besonders tolle Nachricht für euch. Unser Kultgetränk, das Forever Aloe Vera Gel, gibt es ab sofort mit einer neuen, innovativen Produktformel und in einem neuen Design. Das Gel enthält jetzt noch mehr Aloe, nämlich satte 99,7% reines Aloe Vera Gel. Es ist reich an Vitamin C, zuckerfrei und kommt ganz ohne Konservierungsstoffe aus. Was macht unser Aloe aber eigentlich so besonders? Alle unsere 50 Millionen Aloe Vera Pflanzen stammen aus eigenem Anbau und werden von Hand kultiviert, geerntet und filetiert, um das reichhaltige innere Blattgel innerhalb weniger Stunden schonend zu extrahieren und euch das reinste und frischeste Aloe Vera Gel zu liefern. Dieses Spezialverfahren verleiht unseren Aloe Vera Produkten eine ganz besondere Konsistenz und Reinheit, weshalb sie als erste das Siegel des Internationalen Aloe Science Council erhalten haben. Der für diese Zertifizierung erforderliche Azemanangehalt, ein für den Körper wichtiges Polysaccharid, ist in unserem Gel außerdem doppelt so hoch enthalten wie für diese Zertifizierung notwendig. Wusstest du eigentlich, dass in einem Glas Forever Aloe Vera Gel fast doppelt so viel Vitamin C enthalten ist wie in einem herkömmlichen Glas Orangensaft? Vitamin C trägt zur Aufrechterhaltung des Immunsystems sowie zur Verringerung von Müdigkeit bei und macht das Forever Aloe Vera Gel zu einem idealen Energielieferanten. Da unser Gel zuckerfrei ist, stellt es eine viel bessere Alternative für dich zu Orangensaft dar. Bereits 0,15 Liter Forever Aloe Vera Gel deckt den Tagesbedarf an Vitamin C. An besonders stressigen Tagen oder wann immer du dir etwas besonders Gutes tun möchtest, kannst du natürlich auch gerne ein Glas mehr trinken. Der glutenfreie Trink ist für Vegetarier und Veganer geeignet und wird ab sofort in einer platzsparenden und praktischen Verpackung geliefert. Unser neuer Tetra Pack besteht aus sechs Schichten. Die recycelbare Verpackung verbraucht nicht nur weniger Ressourcen bei der Produktion und der Befüllung, sie hat uns auch zu mehr Flexibilität verholfen, so dass unser Aloe Vera Gel nun ganz ohne Konservierungsstoffe auskommt. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie genau das funktioniert. Bei unserem neuen Produktionsverfahren wird das rohe Aloe Vera Blattgel auf den Plantagen innerhalb von sechs Stunden nach der Ernte weiterverarbeitet. Es wird blitzerhitzt, hierbei werden Keime und Bakterien sicher entfernt und die Frische eingeschlossen. Sobald die anderen Zutaten mit dem Gel kombiniert wurden, wird das Produkt ein zweites Mal blitzerhitzt, um sicherzustellen, dass die hinzugefügten Zutaten nichts an der Qualität verändern. Der Tetra Pack erlaubt es uns, die Produktformel ohne den Gebrauch von chemischen Konservierungsstoffen anzubieten. Das Gel kann somit noch schonender produziert werden und es werden mehr Nährstoffe erhalten. Unser Forever Aloe Vera Gel ist mit 99,7% reiner Aloe jetzt noch natürlicher und frischer im Geschmack und dein idealer Start in den Tag. Ich wünsche dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever. Ich wünsche dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Tag.